Herzlich Willkommen, mein Name ist Ree by Aura und willkommen zum zweiten Part von Unnützemwissen hier auf meinem Kanal. Und ja, diesmal nehmen wir das Themengebiet, ähm, ich würde sagen, was es interessiert euch denn? Also Liebe und Sex hatten wir ja schon. Ich würde sagen, wir machen mit TV und Film weiter und das wird auch ganz lustig sein. Und ja, ich habe noch einen kleinen Tipp bekommen, dass ich das Ganze mehr auf euch wirken lassen soll. Also nicht dazu immer meine Meinung sagen, sondern halt immer nur so ein paar Sachen, also das Ganze vorlesen und ja mal schauen. Ähm, also, der erste 3D-Pornofilm hat am ersten Tag in den Kinos mehr eingespielt als Avatar. Okay, gut. Naja, also ich werde jetzt nicht dazu immer sehr viel sagen, also keine Ahnung, ich finde es ein wenig komisch. Aber naja, ich wusste gar nicht, dass Pornofilme im Kino gezeigt werden, aber man lernt halt immer mehr dazu. Gut, Nummero 2. Das Kind im Film Karate Kid lernt Kung Fu. Ja, ja, gut, wie gesagt, ich sage nichts dazu. Und, ähm, ja. Nun. Ähm, die PIN von Homer Simpsons ist 7, 4, 3, 1. Quelle, Folge, Angst, Essen, Seelen auf. Hm, gut zu wissen. Die Zuschauer der Sendung mit der Maus sind durchschnittlich 38 Jahre alt. Gut, das wusste ich jetzt halt nicht, ist ein wenig komisch, aber naja. Charlie Chaplin erreichte auf einem Charlie Chaplin Double Wettbewerb Platz 3. Double Wettbewerb, so Roman, sorry. Okay, gut. Peter Lustig war mit der Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg verheiratet. Ilfi Donnelli war seine zweite Ehefrau. Aha. Sehr schön. Die Produktion des Films Titanic kostete mehr als das Schiff Titanic selbst. Oh, ja, logisch eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Ja, gut. Der ZDF-Zuschauer ist im Durchschnitt 58 Jahre alt. Ähm, ja, gut. Ähm, ja, finde ich auf jeden Fall... Ja, ist eigentlich logisch. Also, da schauen ja wirklich fast nur alte Menschen an. Da gibt's ja auch nur alte Serien. Im Film Dull Perfection Fiction sind alle Uhren auf 4.20 Uhr gestellt. Ja, das ist eine sehr informative Information. Bei den Simpsons hat nur Gott fünf Finger. Ja, da hab ich jetzt gar nicht bis jetzt immer noch nicht drauf geachtet. Ist mir ja relativ egal. Aber, naja, wenn die so meinen. Den Twilight-Darstellern war es vertraglich untersagt, sich während der Drehdauer zu sonnen. Gut. Verständlich. Ähm, zu Anfang gab es für den Film Gladiator nur den Regisseur Ridley Scott, den Schauspieler Russell Crowe und den Titel. Ähm, ein Drehbuch fehlte aber. Nicht so gut. Wirklich nicht so gut. Der Satz, ich spiel's noch einmal, Sam, kommt in Casablanca überhaupt nicht vor. Gut, ich kenn Casablanca nicht, also kann ich dazu nicht sehr viel sagen. Und ja. Dieser komische, trockene Busch, der in vielen Western durch die Straßen kulörte heiße Steppenläufer und verbreitet, so seine Samen. Ja, das dachte ich mir eigentlich, dass es den wirklich gibt, so eine Richtung. Ähm, jo, gut, aber ich wusste nicht, wie er heißt. Ähm, Blockbuster nannte, dann, oh Mann, Alter, ich kann nicht mehr lesen. Blockbuster nannten die Engländer im Zweiten Weltkrieg eine Bombe, die komplette Häuserblocks in Schutt und Asche legen konnte. Ja, gut. Ähm, wenn ihr wisst, ich weiß ja nicht, ich denke mal, dass sich alle wisst, aber nun wird ja der Blockbuster immer im ProSieben so. Also, ja gut, das sollte man vielleicht so aus Nebeninformationen wissen, aber ich glaub, das kennt eh jeder von euch. Weil jeder irgendwann mal Fernsehen geschaut hat und wir sind auf ProSieben. Gut, ähm, Spot, die Katze aus Raumschiff Enterprise. Ähm, The Next Generation wurde von sechs verschiedenen Katzen gespielt. Spot, die sagt mir jetzt wirklich nicht so viel. Ich kenn zwar Raumschiff Enterprise, also den Film, aber ich glaub, ich weiß nicht, wie viele Teile es da gibt, also ich kenn einen davon. Und zwar den da, als sie da durch die Zeit reisen, aber ich weiß jetzt nicht, welcher Teil, also ich weiß gar nicht, ob es da mehrere Teile gibt, aber ich kenn da keine Katze. Asiatische Horrorfilme gelten als die brutalsten der Welt. Ja, wow. Oh, ja, ja, gut. Na, eigentlich dachte ich eigentlich afrikanisch. Egal, ich wollte ja nicht so viel dazu sagen. Ähm, Charles Martinet synchronisiert Mario, Luigi, Mario und Waluigi. Ja, also für alle Mario-Fans, jetzt wisst ihr, wer diese Stimme spricht. Seit 2010 ist Jack Norris Ehrenmitglied der Elite-Einheit der Polizei in Texas, der Texas Rangers. Gut, freut mich. Freut mich für ihn. Scottie, dem... Oh, man, diese Werbung. Warte mal. Scottie, dem Boredine-Genieur. Ähm, ja, der Enterprise fehlt. Der Mittelfinger, der rechten Hand. Ich mach mich schon drüber, wenn ich den Mittelfinger zeigen will. Der Chefkoch aus South Park heißt wirklich im Namen Jerome Jeff McEllery. Ja, schön für ihn. Freut mich ja. Das ist unnützes Wissen einfach. Chip und Chub heißen im englischen Original Chippendale. Das wusste ich sogar. Ja, das ist in der Fall cool. Ähm, RTL steht für das Radio-Television Luxemburg. Hehe, gut. Ja, sehr interessant. Ich hab mich eh schon mal gewundert, für was er steht. Ähm. Ja, da kann sich mal, dass es viel zweifeln. Ähm, und überlegen. Aber jetzt wisst ihr es eigentlich. Gut, das Wort von Maggie Simpson ist Fortsetzung. Äh, nee, das zweite Wort von Maggie Simpson ist Fortsetzung. Aber wann? Ey, wie ich wieder die Wörter vergesse. Am 13. November 1965 wurde das erste Mal Fuck im britischen Fernsehen gesagt. Ausgesprochen hat es Kenneth Tynan, ein englischer Theaterkritiker und Autor. Schön. Max Banins amerikanische Stimme Mel Blanc hat eine Karottenallergie. Ja gut, sehr schön. Hahaha. Das Lied, das bei The Simpsons gespielt wird, wird der, wenn der Duffmel erscheint, ist von der Band Yellow und heißt Oh Yeah. Gut, also für alle Fans von The Simpsons, die das Lied mal gerne hören wollten, jetzt wisst ihr es. Ähm, wie viel Zeit hab ich denn schon verbracht? 7 Minuten 40. Der Schlagzeuger des berühmten Tator-Titel-Songs ist Udo Lindenberg. Gut, ich hatte keine Ahnung, dass Udo Lindenberg Schlagzeuger spielt. Ist mir auch relativ wurscht. Und ja. Gut, dann, ähm, um das perfekte Geräusch für die Messerstiche in einem Film Psycho zu finden, testete Hitchcock mehrere verschiedene Melonen. Letztlich, ähm, fiel seine Wahl auf die Cassava-Melone. Okay, ich, ja, ich dachte schon, ja, weiß nicht, wie man das Geräusch dann so machen sollte, aber dass es mit Melonen geht, hab ich jetzt halt irgendwie bezweifelt. Also ich dachte nicht, ich dachte mal irgendwo anders, weiß jetzt ich. Ähm, keine Ahnung wo. Und ja, aber dass es mit Melonen ist, wusste ich jetzt nicht. Das Dschungelbuch ist der in Deutschland erfolgreichste Film aller Zeiten. Okay, 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 ich hab mir, ich hab mir, glaub ich, fast, das Dschungelbuch hat ja mehrere Teile, aber ich hab mir noch nie alle Teile angeschaut. Will ich auch nicht machen. Pumuckl mag keine Katzen und Käse. Gut. Das wundert mich eh mal, wie man aus so einer Serie so viel rausfinden kann, dass man keine Katzen und keine Käse, zum Beispiel, ist bei Pumuckl mag. Äh, pfff, ähm, dass Pumuckl keine Katzen und Käse mag. Kein Katzen, alter, nee, man. Alter, so, dass Pumuckl keine Katzen und Käse mag. So, yes, hab ich's. Das wundert mich eh, wie man sowas rausfinden kann. Das muss man eigentlich eher erfinden, oder? Gut, Inspector Columbo heißt mit dem Vornamen Frank. Also, Columbo ist so eine Serie in Super-TL. Also, die kommt ja mal irgendwann am Abend. In den meisten Werbespots stehen die Uhren auf 10.10. Okay, ja, das ist schön. Ja, aber da wird mir jetzt ein Zungenbrecher ein, am 10.10. und 10 oder 10. So ein 10.10. Mit zehn sind der Zucker und so. Also, vielleicht hat das damit irgendwas zu tun, aber ich glaube immer nicht. In Saudi-Arabien gibt es keine Kinos. war schon wieder Werbung. Gut, ich werde noch eins machen und dann werde ich noch schnell was zum Gameplay sagen. In New York Observers gab es wirklich Oh Mann! In New York Observers gab es wirklich eine Kolumne mit dem Namen Sex in the City von Bendance Brushnell. Ja, gut. Ja. So. Das war's eigentlich mit diesem Teil. Schreibt bitte in die Kommentare, ob euch das Ganze besser gefallen hat. Also ich fand's für mich ein wenig langweiliger, aber es hat sich ein Moment mal vorgeschlagen und ich hab das Ganze jetzt mal ausprobiert, weniger das Ganze zu kommentieren und schreibt mal in die Kommentare, ob es euch ein wenig besser gefallen hat, aber ja, also ich fand es jetzt nicht so, also ich weiß es nicht, aber es ist ja auch hinterher, vielleicht hört sich das Ganze auch besser an, ich weiß es nicht. Und ja, es wäre nett, wenn ihr das Ganze in die Kommentare schreibt. Ja, damit ich einen Eindruck hab, wie ich mit dieser Serie weitermachen soll mit dem kommentieren und alles. Und mir hat es so die Gameplays, das waren zwei meine Moab, einmal auf Hearted und die andere weiß ich grad nicht. Ah ja, genau, es war der Team Deathfash Moab, da ist die Lobby aufgekackt, richtig schwul. Und das war's eigentlich. Ich verabschiede mich, haut rein, euer Reby Aura. Ciao.